Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier El-Kommandante und der Warriors Reform IT YouTube Channel zum Thema World of Tanks. Heute in der BadJet unterwegs im Platoon mit einem Spritzwagen und einem Wachbeträger auf Panzer 4 und wie üblich zu Gast die bekannte Die Stimme hier vom Brenner Servus Ja, das muss halt sein Ja, übliche Skullposition mit BadJet Mein, was willst du noch? Rechts bei dir ist schon gar nichts Das müsste mir machen Gut richtig Mein Maus, Bombenposition, ne Ah schon, also Schade, dass du es nicht reloaded hast Hm, dafür kriegt der Ami jetzt eine Guck guck Schade, dass der nicht in die Kette gegangen ist Bei mir wär er angebren Haha, und er hättest gleich auch gehört Er ist so weit dann auch Stimmt aber auch Ja, die sind zu weit hinten bis zu mir Ja, beim Ami ist es ja ein bisschen weiter vorne So, dein Metall Willst du hin? Weiß nicht, Papppanzer On the road Allgemeine Lage, Maus da hinten, da gehört sie hin Hier am Camp Ich bin 5 am Campen Ich bin 75 am Campen Ja, der Boss ist pinkt auch wie blöd Job! Ja, wenn ich zu sagen hat es ungefähr Richtig, wobei er der Oberpro war Haha Ja, in meinem Reinmetall im Sturzangriff Kann man machen Muss man aber nicht Ein bisschen HAI ungefähr Richtig Guck mal, da haben wir eine Maus Ein Mäuschenpferd da rüber Ja Mal achte jetzt auf die Zwei anderen TDs in meinem Platoon Ah, da krieg ich keine vom E4 Hat die bestimmt geschweckt Boing Ah, und noch eine Guck mal, Japaner Boing Hey, lass meine Japanin, du Boing Ah komm, gönnt immer rein Ja Ach, Nico ist... Von der Maus denn Mhm Leg dich nicht mit Nagetieren dann Oh Oh, Nico in Rage Modus Nee, Alex Äh? Nico weiß Ja, Nico war der Pinger Und Alex ist gestorben Ebenfalls Das ist Alex Gestorben Auch wie eine Daumen der Maus Auch wie eine Daumen der Maus Die sind ein bisschen eskaliert Äh... Ohne Havis wieder rüber vorne ist jetzt schon ein bisschen... Abwerben, ja Auch eine Maus, ja Ich dachte mir... Ich dachte mir, ja komm, weißt was Zwei sind tot Gib ihm... Entweder oder Alles Programm Haben ja schon eh 6 Damage Ja, ich mein... Kann man aufgehen, ne? Wuss man aber nicht Hahahaha Boah, mittlerweile drücken die Heavy Zone durch Juhu Wird das nicht langer halten können Ist richtig Boah, für mich ist klarer, sie knallt Ich hab das mal nie vom Objekt Aber sie knallt erstmal hier aufräumen Und tschüss Die sperkt auch gar nichts Ja, also die 8 HP dachte ich mir echt, die mussten sein, ne? Die taten da so Ja Also da... Das ist halt diese Rolls, ne? 8 HP gönnen sie hier Jep, jep, jep Aber holt sie doch wie so Uh, nö Fricht Äh... Na gar nichts Ähm... Dachten wir jetzt... Attacke Sturzkampf hin Erstmal zurückfahren Erstmal, erstmal reloaden, ne? Ja, halt... In der Zeit bin ich dann zurückgefahren Sowieso wie immer hier, kurz ist der Weg Aber man merkt ja auch schon, die Heavy ist... Hepp, hepp An der Stelle hab ich mir so gedacht, alter hab ich da schon wieder gebocken auf das Game, ne? Hahahaha Die, die, die... Die rameln da hinten zu dritt rum, weiss, und kriegen sich geschickt Ja, aber das ist... Ja, das ist 13 Tage über die nächste Boah, hör mir bloß auf damit, du Ich hab's heute schon gemerkt, die haben ja gespielt, wie die bekifften, ne? Ne, hab's heute erstmal begast gespielt Ja, Gaber 4 hat's dann mal erledigt Ja, guck, was sollt ihr denn auch gegen 9 und 10er machen? Hm... Hm... T10... Ja, so schön eingebuddelter Unterkräger T10, T10... Zehlen wir so schön jetzt? Hm... Mach's gut, meiner So... Klatsch Du gehst ja halt Ja, da war mal ne schöne 434er Roll dabei, mal keine Sinnlosung Ausnahmsweise, ne? Naja, hab ich das gesehen, dass du permanent nur unter 400 gerollt Ja... Das höchste war vorher 397 Ja... Ja... Was sind die 8 HP, ne? Die straffeln doch nicht schön Ja... Die haben mich die ganze Zeit noch blöde vergessen Ja, Emil regt sich auf wegen Team Kann man mal machen Ich hab jetzt gar nicht mit Ja, ich mein, er als größter Camper da, ne? Er muss dann halt... Als... Emil halt, ne? Ist so ein Camper-Patter Ja... Ja... Arne darfst du ja nicht zeigen Nö, die ganze Karne darfst du ja nicht zeigen Aber abgesehen vom Turm und den darfst halt hütteln Du bist ja nicht Du bist ja nicht Du bist ja nicht Du bist ein Turm-Kommst du, wenn's geht So... Ja... Ja, hier kam ich der Huckel im Wege Abpralla... Ah... Ich dachte, bevor du jetzt hier auch schon das machst, hier selber gib ihm Hehehehe... Eine haben wir ja noch Ja, Auto-Aim ist ja nicht immer so zu Ja doch Komm, Auto-Aim regelt Gib ihm Da ist der japanische Uli Ich dachte mir auch, gönn dir Gönn dir einfach mal den Japaner Ein bisschen Sushi zum Nachtisch Die Maus hat's auch endlich mal geschafft, da rüber zu kommen Haben die Gegner zwei... Ne, die andere Maus ist umgedreht von den Gegner So... Sie haben's auf den ganzen Weg wieder zurückgefahren Den Schrott-Potzer Ja... Sie ist das Weg schon zurückgefahren Es hat sie trotzdem nicht bewahrt So viel kann ich schon mal vorweg geben Hehehehe... Ja, ich konnte schon vorstellen Ja, das gibt jetzt mal ganz gepflegt 3 AP in die Seite Und jetzt... Klatsch Ich zeig dir auch schön die Seite Ja, thanks Ja, gut, es waren doch bloß zu Also, ihr müsst auch AP, so ein AP, ja Und jetzt kam der Geier Ich dachte mir, du... Du hast jetzt 5 Kills D6 nur ist der Geier Egal wie... Hehehe... Abgewartet bis er rumgeschossen ist Und dann... Naja... Krieger, die auch Damage Ich bin Großkaliber Großkaliber Wallefälle Ähm... Wirkungsfeuer... Ach... Was doch nicht alles für Lametta dabei War schon ganz lustig Aber... Ja... Duschen drum genommen Das ist ja nehm für ne Badshot Aber ne, was soll's Ich mein... Haben wir noch ein bisschen Arbeit für uns Brenners Was verdanken für die... 5, 6, 7, 8 Minuten waren's Ja... Wir sehen uns dann im nächsten... Genau, bis dahin...